Herzlich Willkommen zur zweitbesten Kochstube der Welt. Heute möchte ich euch mal ein paar Tricks mit der Kokosnuss zeigen bzw. einen. Wer hat das noch nicht, hat eine Kokosnuss und weiß nicht wie er sie aufkriegt. Gibt es dann Möglichkeiten mit einem Bohrer, mit einem Beil oder mit einem Hammer. Ich habe jetzt was schönes gesehen und zwar mit einem Messer. Wir schlagen das jetzt rundum mit festen Schlägen an und dann müsst ihr es auseinanderbrechen. Wenn ihr jetzt von vornherein das Messer genommen hättet, dann bricht ihr euch genau in der Mitte auf. Das sieht man jetzt hier schon so langsam. Wie es aufbricht und es tropft auch schon. Und diesen machen wir jetzt weiter. Und leckere Kokosnuss. Schlagt ruhig kräftig drauf. Wenn ihr merkt, dass es an einer Seite einen leichten Riss kriegt, könnt ihr es komplett durchziehen bis zum Ende. Kein Hammer, kein Bohrer und keinen dicken Finger. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tapger... mit bis zum nächsten Mal. Undhmus auszusор itemien.